Kinder, sie spielen und toben. Spielend lernen sie die Welt können. Und schon bald gehen sie eigene Wege. Erst der Kindergarten- und Schulweg, dann der Weg zum Bäcker, zu Oma und Opa oder zum Treffen mit Freunden. Die Selbstständigkeit ist schön zu erleben und macht uns Eltern stolz. Das ist gut so. Doch spüren wir dabei auch Unbehag. Unausgesprochen fragen wir uns, reagiert mein Kind bei Gefahr angemessen? Trifft es die richtigen Entscheidungen, um Gefahren abzuwenden? Wer die Gefahren realistisch einschätzen will, sollte Kindern gut zuhören. Schnell erfährt man, dass gefährliche Situationen verschiedene Gesichter haben können. Es mag der nette Nachbarjunge sein, der in den Pausen Mitschüler um Pausen droht, erpresst. Oder auf dem Weg zum Freund platzt ein Fahrradreifen. Oder ein Mädchen traut sich wegen einer schlechten Note nicht nach Hause. Der kleine Tom stürzt und braucht Hilfe. Oder die kleine Nele hat im Einkaufszentrum ihrer Mutter verloren. Das muss keine Angst machen. Denn es gibt gute Möglichkeiten, Kinder zu schützen, indem wir ihnen helfen, stark zu sein. Starke Kinder sind Kinder mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein und großer Selbstsicherheit. Kinder, die wissen, wie im Fall des Falles zu handeln ist. Erwachsene, Eltern, Erzieher, Lehrer, sie verfolgen im besten Falle gemeinsam das Ziel, aus Kindern positiv selbstbewusste Menschen zu machen. So bieten Kindergärten und Schulen Veranstaltungen an, die Pädagogen und Eltern Methoden, Hinweise und Tipps an die Hand geben, um Gefahren wirksam begegnen zu können. So geschult lässt es sich viel leichter mit seinem Kind reden. Auch über sensible Dinge, wie Ängste und Mobbing etc. Alle diese Themen werden unter anderem durch Theaterstücke hilfreich vermittelt. Ganz besonders hilfreich im Zusammenspiel mit einem Training zur Gewaltprävention. Hier werden die Dinge angesprochen, anschaulich gemacht und trainiert. So auch das richtige Nein sagen. Ein solches Angebot stellen wir mit Sessista bereit. Sessista ist ein Konzept zur Gewaltprävention. Es ist ohne großen Aufwand zu installieren und vor allem von unschätzbarem Wert. Im besten Falle kann es Leben retten. Es sieht vor, an öffentlich zugänglichen Stellen Kinderschutzräume zu installieren. Die Teilnehmer werden über die Hilfe für Kinder informiert und sensibilisiert. Das geschieht durch Veranstaltungen, Infomaterial und praktische Hilfen. Sie erhalten auch einen kleinen Leitfaden an der Hand, um gezielt handeln zu können. Auch Eltern erhalten die Möglichkeit, das Sessista-Konzept kennenzulernen. So gerüstet können sie vorbeugend mit den Kindern über mögliche Gefahren sprechen. Und die Kinder? Sie üben in den Sessista-Kursen, wie man Not- und Gewaltsituationen beherrscht. In den nun folgenden nachgestellten Szenen zeigen wir Ihnen, wie man in Not um Hilfe bittet und sich richtig verhält. Zunächst auf dem Nachhauseweg. Feuer! 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 Hilfe! Feuer! Hilfe! 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 Feuer! Was ist denn passiert? Oh, Moment, ich komme. Ich glaube, er ist weg. Ich rufe mein Bestes an deine Nummer an. Hast du eine Telefonnummer? Hm. Dann schaue ich dir die Nummer an. Das Beste, du setzt ihn ab. Das ist hier hinten. Oder eben deine Nummer. Die zweite und letzte Szene heißt, die fremde Person. Ein Sachverhalt, der gefährlich werden kann. Hey, steig mal kurz mal eins auch an. Hallo, kann ich dir helfen? Ja, bitte. Geht's dir gut? Ist irgendwas passiert? Ja, da draußen war ein Mann. Er hat mich angesprochen. Er wollte, dass ich zu ihm ins Auto steige. Warte, ich komme zu dir. Das hast du sehr gut gemacht, dass du gleich zu uns gekommen bist. Hier bist du in Sicherheit. Sollen wir deine Eltern anrufen, ne? Ja, bitte. Hast du eine Telefonnummer? Ja, warten Sie. Super. Wir stellen fest. Wir stellen fest, noch einmal ist alles gut gegangen. Gut, dass die Kinder trainiert haben und wussten, wie zu handeln ist. Natürlich wissen auch wir, nicht immer ist ein öffentlicher Kinderschutzraum schnell zu erreichen oder steht eine helfende Person bereit. Doch die Realität lehrt, oft ist Hilfe näher, als man vermutet, wenn man vorbereitet ist. Stehen wir zusammen, um Kinder vor Gefahren zu schützen. Helfen Sie mit, unseren Kindern eine gute Zukunft zu geben. Für die Kinder charakteristisch. Ja, ihr seid nicht. Die Kinder, die wir haben. Euer wir haben. Ja, kann ich dir. Der Schauspieler. Untertitelung des ZDF, 2020